Hallo, hier ist der Weihnachtsmann wieder aus dem Erzgebirge. Diesmal geht's wieder los. Jawohl, einen Baum brauche ich. Also, fangen wir mal los. Hallo Rentier, ich will dich dieses Jahr mitnehmen. Ich hatte ja Probleme letztes Jahr mit meinem Truck. Wie sieht's aus? Kann ich dich mitnehmen? Nein! 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 Oh, Rentiermensch, was ist los? Hast du einen Krankenschein gekriegt oder was? Zeig ich nur mal her, eh? Das ist ja nicht gut, dass ich dich mitnehmen kann. Nein! Nein! Ich bin erkältet! Ja, liebe Freunde, also ich schnapp mal wieder meinen Truck. Ich habe ihn in der Werkstatt geschafft. Ich hoffe, die haben ihn gut repariert. Jetzt geht's los. Kommt gut voran hier. Los, gas, gas! Dein Sch experts. sections track �ast. Und jawohl. Und los. Los. Wir haben hier endlich geschafft. Wie ist das ungerecht? Wie bist du noch nicht gut? 잖아요, auf cetera, gar nicht reinget sind. Gas 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 Gas, los.. Nicht! gas ! gas gas HHuMw Caminho VasuC Debatte Au 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 So was 학l Wings Los schnell! Nein! Nicht! Nicht! Au! Au! Aber noch nicht unterkriegen lassen. Jetzt gehts einfach weiter. Du hattest 있어요! Wopft! Du hattest, ja! Ja! Vierer! Vierer! Ich binizzard Josef! Es ist egal, wer die Máser nicht zu schützen ist. Du hattest! Alles ist egal, wenn ich dich in diese Máser nicht verstehe. Ich hast keine Máser nicht unterholen. Ich bin der Fortschritt. Er ist egal, der Fall ist! Ich bin der Fall. Oh, es wird langsam ein bisschen dunkel im Wald. Da muss ich langsam die Kerzen einzünden. Na ja, hoffentlich kriege ich noch meinen Baum, aber es klappt schon. Endlich so neu angeploppt. Oh, da ist mein Scherr. Aussteigen aus der Kache. Jawohl, Nicole, das ist der richtige. Den nehme ich. Oh, jetzt muss ich dir noch mal meinen Wecker wegschieben. Au, 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 au. Hilfe, Leute. Zu Hilfe, Leute. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin eingeklemmt. Was ist so los? Weihnachtsmann! Weihnachtsmann! Lebst du noch? Was ist passiert? Au Au Au! Weihnachtsmann, ist alles in Ordnung bei dir? Oder hast du dich auch irgendwie verletzt oder so? Nee, alles in Ordnung! Dank Zeiber! Schönen Dank Polizeibert, dass du mir hilfst, den Baum auf den LKW zu bringen! Vielen Dank, Freunde und Helfer, dass du den Baum auf den Kochen gekracht hast! Danke dir! So, sind wir an der Bude, den Baum ausgerichtet. Jetzt stecken wir da ein für den Stromanschluss, PS oder USB. Zack, hinein damit! Tante Jutta! Und den Strom angeschlossen! Schauen wir, was passiert! Ah! Herrliches Bäumchen! Blinkt ja bald wieder Disco hier! Na klar, super Teil! Ja, jetzt kann endlich Weihnachten kommen! Mein Baum brennt, äh, ist eigentlich eingezündet! Die Lampen leuchten wunderschön! Ja, so muss es sein! So muss es sein! Jetzt kann ich endlich meine Geschenke verteilen! Ja, dieses Mal hat alles geklappt! Euer Weihnachtsmann wünscht euch ein frohes Fest! Euer Weihnachtsmann wünscht euch ein frohes Fest!